Dekret über die Aufhebung von katholischen Pfarreien Hamburg-Portenbügel, Hamburg-Volksdorf, Hamburg-Farmsen, Hamburg-Wahlstedt und Hamburg-Bramfeld sowie über die Errichtung der katholischen Pfarrei Seliger Johannes Passek in Hamburg-Wahlstedt und Gesetz über die Neuordnung des Vermögens dieser kirchlichen Körperschaften. Und im Grunde ist das vom Inhalt her ähnlich bei jedem neuen pastoralen Raum, aber natürlich immer mit jedem einzelnen... Seliger Johannes Passek, bitte für uns, dass das alles gut weitergeht. Danke. Danke. Einmal noch für mich. Genau, dass man auch sieht, dass die Dame es bekommt, ne? Gut. Danke Ihnen. Wunderbar. Genau. Ja. Ach, ich bin zwei Gläser. Das ist Spaß. Kann man auch nie wissen, dass man's ... Hallo. Vielen Dank.